Hey DJ, the party don't stop. DJ, let's go. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer, Rainbow Six Siege mit mir alle Wachen 1990, Alex auch wieder am Start, Bereich sichern, Konsulat, und... Die Map kenne ich sogar noch, glaube ich. Ja. Oh, scheiße. Können wir mal wieder einen Jäger nehmen. Warum auch nicht. So. Ist doch so. Schönes Wetter, nur ein bisschen dunkel, aktuell. Um 0.20 Uhr. So, auf geht's. Hey, da ist die Neue. Ja. Wie ich so ein Fenster in Green First Evolved machen kann. Ich bin immer gespannt. Ja, hier auch. Nein, nur los jetzt hier. Salute an Donio. Weißt du nicht, Antonio? Ja, auf jeden Fall mega. Alter, braucht ihr jetzt ein bisschen Kohle hier oder was? Hier der VIP, der da reingechattet hat. Der Kastler. Das ist mir beim Schaufen helfen. Der Fidel Castro, Mann. Los jetzt hier. Das kann nicht so lange dauern. Halbjubo. 35. West-EU-Server. Ah. 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 Fuck, Mann. Ja, entspann dich doch mal. Wir müssen den Gefahrgutbehälter schlafen. Ein paar kenntliche. Ja, doch. Wenn ihr mir hier alle vorfüßt. Jetzt legt hin, Alter. Jetzt legt hin, Alter. Alte, backen, Mann. Alter, wenn ihr mir alle vorfüßt umher rennen würdet, könnte ich da doch liegen. Ach, das sind doch bloß ausreden. Ist aber so. Ausreden. Lächerliche ausreden. Hm. Goddamage, stirb halt. Soll ich aber sagen, du kannst mich mal kreuzholfen, mein Freund. Oh, warte mal. Na gut. So. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich den nicht mehr habe, den ich eigentlich habe. Tja. Ich habe jetzt gedacht, ich habe Ash. Ach so. Wollte das so gemütlich meinen Schild hinstellen, die Falle dahinter, ne? Ne, da ist der falsche Raum. Ja. Ah, guck, hier ist so ein geiles Fenster. Kann man da jetzt eigentlich durchschießen? Das probiere ich mal aus. Da hast du Raum, den ich nicht haben wollte. Natürlich nicht. Du kannst einfach nur rausgucken, Mann. Bezweifel. Dann könnten die auch reinschießen. Ich habe schon Kills durch diese Dinger geschehen sehen. Hm. Okay. Trotzdem wäre, wäre, ohne Scheiß, dass wäre ich. Ich denke, ich kann ja auf Single-Shot wechseln hier drin. Alter, wie schnell haben. Alter, wie schnell haben. Alter, wie schnell haben. Alter. Alter. Alter, wie schnell haben wir das? Tja. Ich hab gesagt. Ne? Lol, die hat gleichzeitig mit ihrem scheiß Fuse aufgesprengt. Und ich war so fasziniert von dem Fuse. Dann war so, ui, da fliegen Kugeln. Geil, ne? Oh, 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 rip, 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 rip. Da sind zwei, da ist noch ein. Da sind zwei nach hinten. Ja, ich weiß, einen habe ich noch gesehen. Die trifft die Kamera nicht. Okay, jetzt hat sie sie getroffen. Ist jetzt bei mir noch recht sein oder nicht? Bist du die Frage? Ja, okay. Äh, ich hab keine Cam mehr. Ja, doch, doch. Ach, scheiße, andersrum hier laufen. Fuck. Also, ein Unlucky. Unlucky, scheiße, man, Alter. Einer ist auf jeden Fall unten. Also, beliebt sich an ihm. Nö. So, dann wollen wir auch so. Ja, quatsch. Und sind jetzt mal zuschauen, ne? Ohne. Alter. Vektor von 40 ACP. Die Vektor hat aber auch eine Feuerwehr. So, unten unten. Wie sie ist, sie ist jenseits von gutem Böse. Ja. Ohne Mist. Und auch immer. Aber das war ja gerade krass. Ja. Also, pff. Scheiße. Da ein Haufen Kugeln hin. Ja, die sind im Raum, du Troll. Wenn ich mich nicht total verhört habe. Nee. Ich hab mich total verhört. Ach, das war er da drüben, der gesteppt hat. Ja. Vor allem, ich würde die Vektor ja mit den Dingen spielen, entscheidet. Alleine wegen der Rundfeuerratte. Jetzt vor ihm, da. Alter, was am. Ja. Jetzt aufstehen und dann easy. E. Drück E. Drück E. Jetzt drück U. Danke. Jetzt vorgehen, vorgehen, vorgehen. Nein. Vorgehen, vorgehen, vorgehen. Ja. Schön. Ein Operator des eigenen Trupps. Okay, die Nate. Nein. Okay. Da, da. Bist du raus. Okay, oder Shotgun raus. Warum bleibt er nicht auf dem Shotgun? Nur noch ein Gegner übrig. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu holen. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgutbehälter verhindert. Da, ja. Komm, was machst du, Kollege? Komm schon. Da, 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 da. Ach, ja, ja. Der umsneekt dich. Ey, der ist da oben, wo sein, wo der Mate vorher saß. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er mit dich. Warte mal, lebt ihm seine Cam noch? Weil der hatte hier drin ja... Ah, ja, 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 ich mag hier. 15 Sekunden. Nein. Still sehr. 10 Sekunden noch. Go time. Just 6. 5 Sekunden noch. Don't pick. Nice one. Oh, no. Oh, no. You must kill him. Oh, shit. Er muss sich ja töten. Ah, was hat er uns gefunden? Camus dead. Schade. Stimmt ja, er muss ja, er muss ja was machen. Alter, die Musik, was genau hat man. Genau, voll auf den Sack. Ja, ja, volles Drama. Vor allem, die können noch, was weiß ich, können noch tagelang so ein American, Mexican Stand-Off machen. Es wird nichts passieren. Vor allem, dass ich, was ich so befürchte gerade, ist, dass die, dass er gerade umlaufen wird. Obwohl, nee. Ich kann, er ist noch ein Ding ins. Der liegt, du Idiot, du musst aufstehen. Ah, nice strike. Schade. Ich hab's nicht gesehen. Doch, jetzt. Toll, das war doch ein glatter Headshot, oder nicht? Der erste Schuss. Na ja, gut, der erste Treffer. Aber die Musik, Alter. Ja, ohne Scheiß, ne? Was geht denn ab? So, jetzt Fuse-Timer, da. Ja, auf geht's. Oh Mann, Alter, ich hab daran überhaupt nicht gedacht. Ja, ich hab gedacht, wir haben uns dann halt verkackt, aber anscheinend zu lang contested ist. Na ja. Overtime wie in Overwatch. Ja. Oh Mann, nochmal. Bug, ich weiß nicht, wieso man Bug spielt, höchste. Der hat so eine sinnlose Fähigkeit, Alter. Was waren denn nochmal? Den Unterlauf Shotgun. Scheißegal, ich bin trotzdem, trotzdem über dir. Leck mich. Irgendwer hat hier einen schönen Jammer hingestellt. Ähm, okay. Oh, lol. Oh, ich seh nichts mehr. Ich kann mich auch nicht mehr bewegen, denn jetzt bin ich da. Wo steht denn der? Irgendwo da recht in der Nähe, aber egal, wir haben es eh schon gefunden. Ja. Ja, unten in der Garage. Es wird aber ein bisschen heikel, das Ding da rauszukriegen. Ach, nö, easy going. Wir gehen jetzt hier einfach mal vorne oben rein, Haupteingang. Äh, sicher. Genau, so meine ich das. Ja. Da dann am besten gleich runter. Ja. Genau da runter. Ja. Und jetzt schön Headshot von der Tür, äh, von der Treppe aus. Und der Prozentig. Weil es läuft nämlich noch eine hier oben her. Da. Ich wurde entdeckt, dass du da oben. Wie gesagt, das Problem ist halt, hier läuft noch einer umher. Und da ist es so, gerade so, meine Sache. Komm mal raus. Nice. Wat? Ja, Kamala. So ist meine. Das ist meine Desk. Na komm. Ich stehe. What the fuck? Fuck, ich bin in eine Trap gelaufen. Ja. Oh, geiler Scheiß. Hi. Guck mal, du kommst, um mich zu heilen und dann mache ich die Trap selber ab. Weißt du? Ja, eigentlich ein bisschen doof, ja. Ich ehm hier rechts, geh du vor. Ich schau hier rechts, geh du vor. Äh. Ja. Ah, das war ein schöner Enjoy. Ja, hier hätte, da ist ein Mörderhol drin. Dir halt nicht. So, der Typ ist kaputt. Hätte, 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 da, wo die Treppe, die wir reingekommen sind, da kommt eine runter. Hat mich gekillt. Diese Blinkgranate. Invisible Glass hat er mich nicht gesehen. Nein, nicht. Diese Flash ist, ne? Wir müssen jetzt schon hier und machen. Das Problem ist halt, ja, man, ich hab, ich hab, ich hab zwar mit einem von hinten gerechnet, aber nicht so schnell. Sledge kann die Dinger ja kaputt haben, also von dem her ist es kein Thema. Der andere hat halt dahinter stehen müssen, ne? Weil die müssen jetzt ein bisschen im Team arbeiten. Das können sie nicht so, Brandys. Nee, ein bisschen Absprache wird unmöglich. Bö, Brandys. Ja, dann kommen solche Nades. Es kann kein... Ich verstehe halt nicht, was der mit der Dingens macht. Es kann halt nur noch eine von vorne sein. Naja, und halt der Typ, der links ist. Anstatt seine Drohne mal so zu postieren... Einfach mal nach links zu fahren mit der Drohne. Mate. Und jetzt auf geht's. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ja, gut. Der Licht, ja. Darum war klar, aber kurz nichts. Ansonsten wirst du halt da mega krass gesehen, dass du das Problem. Er sitzt halt in die Klemme, er kann halt nichts machen mit den 20 HP. Okay, pre-finant rumgehen wir halt so die Devise. Er schießt halt gar nicht, das ist auch eine Möglichkeit. Gar nicht schießen, dazu kann man sich auch immer entschließen. Ja. Immer ganz gut. Jetzt wissen wir euch einfach mal nicht schießen, weil... Warum sollte man auch, ne? Ja, ohne Scheiß, man. Ihr versteht die Untersuchung nicht. Gleich antwortet er dir. Ja, keine Ahnung. Ich habe, ich kenne die Sprache noch nicht mal die Art. Der antwortet er... Ich habe keine Ahnung. Nachher heißt es dann noch, hier, 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 ich fäng deine Butter oder so ne Scheiße. Weißt du, die derbsen Beleidigung, ohne das zu wissen. Oh, Mann. So, ich verdünne sie nämlich auf jeden Fall nach oben. Oh, ich auch. Oh, Mann, Alter, den... So, hab gesehen. Oh, okay. Den kommen mit mir mit? Ja, wir snicken zu zweit oben rum. Ist jetzt nur noch ein paar Traps hier. Ja, ja. Ich halte hier ja die Dingensgrad frei, die... Trappi. Es ist ein bisschen dumm, ne, okay. Es ist ein bisschen dumm, wenn halt alle rausgehen, ne? Ja. Ja, wo bist du? Ja, ja, Garage. Weißt du, die kommen über Garage rein? Das wäre doch mal was. Ich weiß es nicht. Ich check gerade hier. Also, ich drücke den Header, wenn der wer kommt. Ja, ja, mach das. Errichte eine Barrikade! Ne. Kameras scannen wir halt mal mega nice. Jo, Cover. Jo. Mit Mark. Also, die Kamera ist schon down. Achtung, bei uns. Die Tür. Wurde gerade ein bisschen gebankt. Wird weiter gebankt. Jo, kannst zurückfallen, wenn du willst. Ach, komm schon, Alter! Ich kriege halt sofort den Instant Headshot. What the fuck? Das ist aber noch mehr jetzt da, oder? Ich bin alleine auf jeden Fall. Du warst alleine. Nein, ich meine... Es ist also, es sind zwei da, ja, von, von den Gegnern. Nee, von uns. So, nö. Nice. Die anderen beiden von uns sitzen, oder die anderen sitzen bei... Bombe. Geht mir auch? Ja. Eine. Euro. Nee, Quatsch. Hier heißt der Montage. Montage tot. Und der letzte ist unbekannt. Okay, der ist auch... Inne. Recht, ja, 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 ja. Oder dahinter, dahinter. Der Langegang. Da kam gerade der Scan. Wir sind... Ist der letzte Jahr, genau. Muss mal versuchen, wenn er rechts durch die Dingens schaust. Ja, ja. Okay, nice. Ja, ich hätte gerade gesehen, das ist... Sehr schön. er hat mir aber den instant headshot gedrückt man halt das so ist eine coole tarnung er drückt mir halt den instant headshot man ich nehme wieder fürs macht das 3 lettest er behält dass die schnauze aufgefallen ja ja ich habe mal gesagt er soll die fresse a i am o a so aim 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 how to spell aim die flamen ganz schön hart ja klappe da erinnert sich gleich ändert sich gleich hätte ich diesen headshot nicht diesen instant headshot nicht kassiert welcher hätte ich den hier geholt wird einfach mal zurück teleportiert wurden gerade und dann gehe ich da halt nicht durch ich check mal oben ja mal runter ohne scheiß ist halt ich fahr durch das ruhe röhrchen dadurch verhoben durch das röhrchen und ja im selben rahmen wie wir in der ersten runde guten drohens was ich nicht weil meine drohen ist kaputt ich habe keine ahnung kommen wir gehen da rein wo wir vorher der findet haben da unten lang das problem ist halt das unten halt wenn man es hat beim letzten mal schon funktioniert immer steht einer ist bei dir versucht da ist ein kill haul fag ich habe gerade das killer gesehen und dann war ich tot daher redet sogar englisch komm guck 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 mal bei mir wusste meinst du bist da und da waren drei leute holy shit was solchen dagegen machen ich habe nicht mal gesehen ich konnte ja noch nicht mal schießen hier leute er kopf nicht eben kann sollte man nicht über kopf hängen zwei gegen drei war dann небольш eine diese also auf die stirbt gleich was macht denn keine ahnung da kommt sei ich hinterher der klatscht jetzt also alle 24 ist kacke mann alte ja du bist ich ziemlich kacke also ich kann nicht auch gar nicht hören er kann aber immer noch klatschen wo sie nicht 3 gegen 1 das glaubst dass er hat blackbeard es ist eine gute ausgangsvoraussetzung muss man dazu er schaut hier nicht mal nach links um hinter den schreibtisch da zu gucken weißt du ja ob denn da ein april oder ob er sich absellen kann das müsste halt einfach das meter checken müssen weißt du aber ja gut das ist jetzt vor allem jetzt fährt er zurück und verrät sich obwohl eigentlich sogar nicht so blöd heute gemacht weil wenn das funktioniert das funktioniert wenn das funktioniert alter dann schade eigentlich war eigentlich an sich war super gedacht wenn das funktioniert extra genau rechts schade schade halt einfach sein sein schade 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 ja genau schade oh man alter schade schade wenn ich meine waffe weg und pick die aber nicht dass das sind ja wir müssen unbedingt mal den jetzt mal egal ob es hat sich trotzdem gefallen und ja ja schade 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 Bis zum nächsten Mal.